Was sind die Auswirkungen von erhöhtem Homozystein? Erhöhte Homozysteinspiegel können die Risikofaktoren für verschiedene Erkrankungen erhöhen, obwohl nicht klar ist, ob dieser erhöhten Homozysteinspiegel tatsächlich diese Zustände verursachen oder ob es sich lediglich um einen Marker handelt, der auf eine genetische Prädisposition hinweist. Herzkrankheiten, Blutduchdruck und hohe Kolesterinspiegel gehören zu den möglichen Auswirkungen eines erhöhten Homozysteinspiegels. Patienten mit hohen Homozysteinwerten können auch ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Hypothyreose, Alzheimer-Krankheit und Osteoporose haben. Studien haben gezeigt, dass Risikofaktoren für Herzerkrankungen und andere Herzprobleme bei Patienten mit erhöhten Homozysteinspiegeln erhöht sind. Einige Studien legen nahe, dass Frauen ein höheres Risiko haben, diese Effekte zu entwickeln. Zu den möglichen Auswirkungen zählen hoher Blutdruck und erhöhte Kolesterinwerte. Zusätzliche kardiale Effekte können ein höheres Risiko für die Entwicklung von Blutgerinnseln oder das Auftreten eines Schlaganfalls beinhalten. Atherosklerose ist ein medizinischer Begriff für die Verengung und Verhärtung der Arterien. Dies geschieht aufgrund des allmählichen Aufbaus von Cholesterin und anderen Substanzen im Blut. In vielen Fällen wurde gezeigt, dass ein erhöhter Homozysteinspiegel mit dieser Erkrankung verbunden ist. Wenn die Arterien eng werden, wird der Blutfluss im ganzen Körper beeinträchtigt, was das Herz zusätzlich belastet. Ein hoher Homozysteinspiegel kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Blutgerinnungsstörungen auftreten. Wenn sich Blutgerinnsel in den Arterien entwickeln, kann der Blutfluss ernsthaft beeinträchtigt werden, was zu Sauerstoff- und Nährstoffmangel im gesamten Körper führt. Dies wiederum kann das Risiko für potentiell lebensbedrohliche Komplikationen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt erheblich erhöhen. Es wird angenommen, dass das Alzheimer-Risiko und das Risiko für Demenz bei Patienten mit erhöhten Homozysteinspiegeln höher sind. Das Risiko für Osteoporose und Knochenbrüche kann bei diesen Patienten ebenfalls erhöht sein. Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass hohe Homozysteinspiegel bereits im embryonalen Entwicklungsstadium beginnen können, wodurch das sich entwickelnde Baby möglicherweise bestimmten Gesundheitszuständen ausgesetzt ist, einschließlich geistiger Behinderung. Glücklicherweise gibt es normalerweise keine Symptome von erhöhten Homozysteinen, es sei denn, eine der damit verbundenen Krankheiten oder medizinischen Beschwerden treten auf. Dieser Zustand kann durch einfache Blutuntersuchungen festgestellt werden und kann fast immer leicht mit Vitaminpräparaten wie den Vitaminen B6, B12 und Vollsäure behandelt werden. Bei einigen Patienten können zusätzlich zur Nahrungsergänzung Ernährungsumstellungen oder eine Änderung des Lebensstils vorgeschlagen werden. Fragen oder Bedenken hinsichtlich eines höheren Homozysteinspiegels oder der verfügbaren Behandlungsmethoden sollten mit einem Arzt oder einem anderen Arzt besprochen werden.